Die Einladung habe ich direkt von Martin Garcia bekommen, er hat mich kontaktiert und ich war sehr froh, dass er mich eingeladen hatte. Ich hatte vor 20 Jahren schon mal mit der Philharmonie in die 6. Bruckner dirigiert hier und hat damals schon mit Blechblässern hier Kammermusik gemacht. Das mache ich sehr gerne und ich finde die Idee von Martin sehr gut, weil Kammermusik ist für Orchestermusiker total wichtig, das zu machen. Jeder Orchestermusiker sollte nebenbei auch Kammermusik machen, weil man lernt dabei Intonation, man lernt zuzuhören, aufeinander zu hören und das ist auch im Orchester sehr wichtig, dass man aufeinander hört und nicht nur seine Stimme stur spielt und auf den Dirigenten achtet, sondern einfach miteinander kommuniziert und hört, was macht der andere und reagiert.